Und das nächste Chor steht in den Startlöchern. In diesem Fall ist das die Marching Band Flying Drums von 1994 e.V. Die Marching Band Flying Drums hat 1994 als Phanfadenchor gegründet. Im Jahre 2004 wurde aus dem Phanfadenchor die Marching Band Flying Drums. Seit 2006 wird jedes Jahr ein komplett neues Musikprogramm einstudiert. In diesem Jahr 2009 ging es mit der Musical Music von Wicked, die Hexen von Ost, in eine neue musikalische Runde. Drum Manager der Marching Band Flying Drums ist Michael Richter. Ansonsten muss erwähnt werden, dass die Flying Drums in dieser Klasse, der Konzertklasse, sowohl 2007 als auch 2008 German Open Sieger und Roncore Germany Sieger waren. Viel Spaß mit den Flying Drums. Das sind die letzten Konzerne mit der Navepunkte aus der Kälte. Sie ist die 86-90, bis zu 70 Uhr beginnt. Ich z glaube, es ist das Schardi, also soldiert seit 2015, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.